ja so ich hoffe man sieht der Matthias hier und ich habe hier ein Ubuntu Netbook Remix installiert auf dem Asus IPC 1000 HE ja anfangs funktioniert das auch ganz gut ich wollte so eine Test Suite installieren um Benchmarks zu machen jetzt habe ich den Ruhezustand mal versucht einzuschalten was nicht funktionierte und hier habe ich momentan auch das Problem dass die Netzwerkgeräte nicht mehr erkannt werden soll ich da draufklicken wird ich hoffe man sieht es vielleicht versuchen wir anzugehen ne kann man leider nicht erkennen aber hier steht dann einfach es wurden keine Netzwerkgeräte gefunden wird da oben mir gemeldet und da kann ich natürlich jetzt mit anfangen bzw das WLAN ist ja eigentlich eingeschaltet jetzt kommt aber der Knaller das heißt ich drücke diese Tastenkombination FN F2 am Asus IPC und dann geht hier oben WLAN an jetzt geht es plötzlich und mal gucken ob dann auch eine Verbindung findet aber wenn ich hier draufklicke ist weiterhin nichts zu finden ich versuche es mal über manuell einrichten hier oben so dann kommt diese Oberfläche wo ich aber auch die Funkverbindung nicht anhalten kann ähm also auch ein bisschen komisch entsperren sagt mir nichts hilft auch nicht ähm ob es dann nicht hilft vorher mal sehen ich versuche es jetzt einfach mal das wohl eingeben darf man natürlich nicht sehen auch wenn es so Sternchen sind ja nur das habe ich doch aber alles schon mal angegeben warum soll ich das jetzt nochmal machen Standort gibt es nicht Matze Netbook ist hier eingerichtet DNS Server ist richtig Eigenschaften ja wie gesagt das Passwort habe ich eigentlich schon mal angegeben und äh ja kann das jetzt nicht so auf die einfache Art hier offensichtlich jedenfalls machen das heißt wenn ich guck hier könnte ich nochmal das Netzwerk selber bearbeiten das will ich aber nicht ich will ja wenigstens verhindern die Einstellungen der Funknetzwerkkarte hier bearbeiten ja WPA Personale WPA 2 benutzen wir und den Schlüssel muss ich mal eben suchen also jetzt gleich jetzt weiter mit dem Video so 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 Vielen Dank.